Vorsicht man, der hat diese Krallen Jungen Sehen wir die Krallen klauen Links kamen auch noch Schlüssel Hallo und herzlich willkommen Ich bin Mekammerger und willkommen zu meinem Gameplay auf diesem Kanal Jetzt gibt es wieder eine Runde Fortnite Battle Royale Mit mir, den DJ Noss Und Pusterbloomy So nennt sie sich auf Twitch Ja, war eine nice Runde Eine sehr sehr nice Runde, killreiche Ich wünsche euch viel Spaß, let's fucking go mit dem Video Achja, und bewerten und kommentieren nicht vergessen Ringgekloppt Viel Spaß beim Video Das hat mich richtig geärgert, dass ich den einen Typen da nicht gekriegt habe Diese andere Ähm Ähm Ariane Gerande Ariane Boah, ich hab nur ne Sniper, das ist ja auch schon wieder so Ja, der Pisser Ich hab ihn Schott verpasst Ja, der Pisser Ich hab ihn Schott verpasst Haben die schon Ja Komm sofort Ich hab ihn Schott verpasst Ich hab ihn Schott verpasst Ja Ich hab ihn Schott verpasst Ja Der war auch ziemlich drastisch hab dich oh hallo hallo ich komme zu dir hin man muss nachladen das war der sogar mann dieses gehackel immer das war vorhin ganz schlimm ich konnte nicht mehr schießen das ist über uns ne was geht jetzt ja alles gut noch sie musste ich das soll ich mache ich dreht gleich wieder durch so ich werde mal schnell runter und und wo sind wir wieder ach willst du ja irgendwo eine selbe bestimmt ganz cool hier ganz cool oh 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 besser besser sprung kompletten ich dachte er wäre da unten dann habe ich zuletzt mit ihm gespielt vor zwei wochen ungefähr glaube ich so mal für ein zwei runden ja und danach hat er keinen bock mehr weil es unser skill level ist ja er war ja auch schon wieder weiß ich wie weit naja es hat ja mit level nichts zu tun ich meine aber er hat dann keinen bock mehr weil ich habe ich habe ich weiß auch nicht was ich gerade arbeiten wollte ähm okay rein hier ich schicke immer ich habe hier stress aber es sind für uns auf der brücke ist eine ja ja ich sehe warte lass mich mal es kommen noch andere dazu das ist ja auch geil das andere sind auch boards hier ne tschüss hm aber immerhin zählt das für aber immerhin zählt das für ich guck mal kurz wenn es stressig wird traue ich wieder guck dich mal also gegen bei euch gar nichts also gegen bei euch gar nichts wie du sagtest nee das war ganz ich konnte auch nicht mal ne eine runde war ich konnte nicht mal schießen tschüssi wenn ich nicht tschüssi taatsch tschüssi ouch oh god mama ich bau im schieße mal noch mehr hinter uns ich muss kurz heilen Oh nein! Perfekt! Oh nein! Nicht perfekt! Oh scheiße! Nicht perfekt? Nee! Oh Mist! Ich muss! Ich muss nehmen! 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 Okay! Hau ab hier! Ach da ist noch einer! Okay! Sehr gut! Die Gocke sind viel schlimmer! Ja! Mittlerweile jetzt wo sie Zombies sind! Du hast übrigens einen am Arsch hängen! Oh! Hier oben! Die Gocke sind viel schlimmer! Ach! Mit dem Biggie! Biggie sammeln? Muss ich jetzt einen haben? Achso! Die oben! Wieso hab ich die? Nehme ich sonst! Hm! Jetzt noch eine blaue, falls jemand die gerne spielt! Nö! 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 Ich hol mir den Stuff mal da hinten! Die Munition! Schlüssel! Na komm! Ich mach mal! Ich mach dual! Wer weiß! Vielleicht hilft's ja! Das da auch immerhin dann nicht! Ich mach mal! Ich mach mal! Das da auch immer ein Dings weg geht! Sind hier noch hoch? Hier. Jo, look it down. Ich brauch auch noch wer hier. Komm doch her, Junge. Lass mich doch fahren. Das ist die Runde heute mit den meisten Kills, die ich heute gerissen habe. Oh, hier, drüben. Müsste unten sein. Der ist runter gehippt. Jo, moin. Gut, die Runde macht mir jetzt grad Spaß. Äh, die Wand. Die Wand. Achso, die Wand. Die Wand. Das war ein guter Einwand. Oh, warte mal. Lali Lu. Pass auf, und jetzt kommt eine Omae, geht ja mit uns alle in den Reihen weg. Das ist ganz klar. Das kämen wir doch schon. Jo, hier war ein bisschen Action. Da ist jemand. Warte mal, ich markier mal daneben. Oh. Puh, ich wollte nicht. Hit. Man, dieser scheiß Gockel. Hit. Witzig. Alter. Ist das nervig. Witzig. In Ruhe konzentrieren. Jo, der mit der Panzerfaust ist, äh, down. Vorsicht, wenn der hat diese Krallen, ne? Der hat immer die Krallen, down. Links kamen auch noch Schüsse. Ja. Ja. Oh der ist weit, rechts, rechts, der ist weit, der ist der nächste, er hat mich, zu vorne ist einer direkt, oh der ist vorne, sicher nein macht sie, sei schon bald, ich muss nachladen, hab ihn oh ich hab kaum noch Leben eh ich bin auch gleich weg, vier, zwei, oh das neppt doch schon wieder einer Sohn und lauf Schaffe ich das? Alter, alles nachladen, bitte Lass hier, lass hier rechts hinter dir, hinter dir, hinter dir sehr schön da kommt ein blubber blubber links blubblubblub einmal kurz aufpassen Perfekt Perfekt tot net fass no 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 Sniper von hinten jade Scheiße gut der ist down da drüben jo einer ist down wow auf mich wird geschossen meine wo denn noch ich weiß nicht von wo die Schüsse kommen da hinten, ja danke äh, komm zurück, komm zurück lass hier, hier lang hier um mich ok ja, mich hat er jetzt noch nicht gesehen ach, kommen wir gar nicht mehr noch, kommen wir noch ich geh zurück Blume, ich kann wir können sowieso nicht mehr, ne? ne ne, gib Blumen nirgendwo mehr was ruhe obwohl, moment das war noch ein Stück Kühnchen für mich ja, ich muss, ich hab mich jetzt komplett auf 100 geballert ja, das Ding ist jetzt ein Kumpel, der ist natürlich noch geschafft zu holen, ne? der ist oben auf der Tanke drauf, ja 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 wir hätten einen schönen ausgenockt ok, er springt mit dem Trampo, glaube ich, irgendwo wo hin und wieder oben und drauf naja, das sind zwei, die da rum naja, das muss noch ein Dreier-Team sein oder drei das können nur drei sein was mir noch kurz einfällt ich kann hier noch oh mein Gott ich sehe sie einer ist ausgenockt hier ist jemand hier ist jemand ah ne es ist jonesy ach ach sch ach sch ach scheiße hier ist 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 nicht schlecht aber 85 stück wieso lief es sie den ganzen tag so scheiß und eben gerade nicht das muss man erst mal einer verstehen